Hier eine hin. Ich bring's mal an der anderen Seite an. Ne, bring's doch mal hier an. Dann bring ich hier eine an. Ich glaub damit rechnen die nicht so unbedingt. Das sieht man auch nicht. Und dann bring ich auch noch mal hier eine an. Passt ja, perfekt. Dann, ja. Mach ich's mir mal hier bequem? Ist hier irgendwas los? Alter. Das ist ganz schön hoch, wa? Ich wollte den gar nicht so hoch anbringen. Da hat sich einer verabschiedet. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Irgendwer will ich mitnehmen. Das war... Das war... Das... Ich lauf mal hier rum. Ah. Scheiße. Der ist mir gleich hinterher gelaufen. Der Tonner. Der Tonner. Der Tonner. Bussen. Der Tonner. Wir haben den Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Der Tonner. Der Tonner. Der Tonner. Lief ja nicht so gut. Ich habe schon wieder vergessen, mich in den Timer zu stellen. Äh, stopp, Uga. So. Äh, 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 wir schwenken mal auf ihn um. Das, das. Das, das. Die Farbe ist mir eben egal jetzt. Ja, mal gucken. Schlechter Start, vielleicht wenden wir jetzt das Blatt. In unserem neuen Mitspieler. Der Bio-Befahrgut-Gerhälter muss jetzt lokalisiert werden. Oh, doch hier. Sehr schön. Der Signal-Befahrgut-Gerhälter wurde lokalisiert. Pfff. Ah ja. Ha, okay. Okay. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Guck out for Windows. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Gerhälters. Ach, siehst du, den Scharfschützen könnte ich ja eigentlich mal wieder nehmen. Stimmt ja. Ich hatte ja gestern... Open Windows. Ja, eine gute Runde mit... Nee. Ah! Ah, sieh. Das ist was. Das ist was. Ich lusche mal hier rein. Gucken, was hier so abgeht. Das sind ja Assis, ey. Nicht mit mir. Na komm. Ist der aber eigentlich so groß, ich weiß es gar nicht, dass man dem da helfen kann. Ich bleib hier einfach mal stehen. Da wurde ihm, glaube ich, gerade aufgeholfen. Ich bin mir nicht sicher. Ich verziehe mich mal eben. Oh komm, wir gehen mal eine Runde spazieren. Warte, 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 warte. Bevor du... Ruckelt so sehr. Sehr gut. Oh, Lack. Oh, Ruckelt das, Alter. Gar nicht gerade. Pass auf, nicht, dass sich hier was hochschmeißt. Ich setze eine Drohne... Was ist das denn jetzt? Drohne wurde eingesetzt. Ich bin ja immer so mutig und... Ah, Scheiße. Mist. Wir haben einen Versuch wert. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Es war mir auch klar, dass wir beschossen werden, wenn wir noch... Fünf Sekunden übrig. Ach so, ich... Scheiße, geruckelt gerade. Nicht schön. Na gut. Ob ich jetzt... Ob ich das jetzt nochmal hinkriege, den Scharfschützen zu nehmen, ist so eine Sache. Äh... Wie nehmen wir denn mal... Wir nehmen mal Mute. Das wollte ich nicht mehr nehmen. Hup. Schneller! Na komm schon. Wir wenden das Blatt noch. Gar kein Problem. Wir müssen uns erstmal einspielen als Team. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Befahrrut-Behälter schützen. Das ist... Einfach. Einmal. Zweimal. Hier nochmal schnell. Ein ran und dann... Oh, guckle das. Das sollte das safe sein. Von da kann, glaube ich, gar keiner kommen. Warum? Warum? Mein... Fing so hoch. Ich hab doch nichts an... Zehn Sekunden. Nichts. Noch fünf Sekunden. Echt? Die Gegner haben den Bio-Befahrt-Behälter nicht gefunden. Sie versuchen, ihn während des Angriffs aufzuspüren. Keiner ist mit meinen Störsender reingefahren. Oh, Lack. Die nehm ich mit. Die nehm ich mit. Und dann... Ich setze den Sensor ein. Mach ich das mal. Weil ich eher davon auf... Aufgehe. Ausgehe, dass sie die E kaputt schießen werden. Dann werde ich hier nochmal einen hinsetzen. Störsender reaktiviert. Dann sollte das schick sein. Jetzt. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter entdeckt. Wie das denn? Ach, der ist ja da drüben. Oh, warum geht das so? I'm coming. Ja, ja, komm. Ja. Scheiße. Ja. War blöd. War doof. Hätte mir denken können, dass Zermatt da auf der Seite ist. Warum ruckelt das denn auch so? Du hast es außerdem... Ding. Also soll jetzt kein Aussage dafür sein, dass ich gerade so doofer und da rausgerannt bin. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Das... Ja. Wir hätten... Ob ich jetzt da rausgelaufen wäre oder nicht, wir hätten eh keine Chance gehabt. Mal davon abgesehen. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Nee. Wir konnten nicht mal einen mitnehmen. Jetzt wieder mal... Okay. Naja. Okay. Oh, verlass doch nicht alle mein Team. Was ist denn los? Das war doch alles nur halb so wild. Wir haben doch nur drei Runden am Stück verloren. Das ist doch alles gut. Hi, Allahou. Okay. Hi. Wir nehmen Bereich sichern. Diesmal beim Dunkeln. Nehmen wir den mal. Wir nehmen mal... Ja. Freund Blase. Ich steig mal rum auf Blendgranaten. Ich steig mal rum auf Blendgranaten. Alles. Wir hören... Wir nehmen... Dafür schon jemand Erfahrung gemacht. Mit dem Feind. Herr... Okay. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Fängt ja gut an. Ich glaube, die sind im Keller. Yes. Ja, toll. Hätte ich da an der scheiß Ecke hängen geblieben. Da gibt er sich so viel Mühe, um auf diese scheiß Treppengeländer zu springen und dann sowas. So, auf geht's. Ach stimmt, die sind ja sowieso unten. Da war ja was. Na gut, muss man hier so gucken. Wir haben natürlich niemanden, der das hier wegmachen kann. Das ist nur links, kann das sein? Ha! Wecksau. Warum? Hat der jetzt gewartet oder warum ist jetzt meine Ladung verschwunden? Das ist ja ein Assi, Alter. Das ist ja ein Penner. Na toll. Ist hier irgendwer? Verreckt, du Assi. Aber noch gut runtergezogen. Ah, unter der Treppe. Ja, gut. Nein, beweg dich nicht weg, du musst gucken. Die Drohne ist bereit. Okay. 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 Ganz langsam und bedächtig. Oh, der Glo- oder? Wo ist der? Ja. 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 Kackler. Es bleiben noch 15 Sekunden. Von. Ja. Eigener Druck getötet. Schade. Es war aber schon wesentlich besser als vorhin die Runde oder die Runden. Das war schon kein schlechter Versuch. Ich nehme, äh, ach so, wir verteidigen gerade. Stimmt ja. Nein, nehmen wir ihn. Oder? Na, ich nochmal ihn zur Abwechslung. Das hier, das hier, das hier, das hier, da, hier haben wir die roten Rennstreifen drauf. Das und ich bin glücklich. Von mir aus kann es losgehen. Den Raum sichern, wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Für ein mögliches Schaden. Ja. Gut. So. Bringt ja jetzt auch nicht wirklich viel. Den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. Kamera übertragen. Oh, warte. Ich nehme das hier. Und dann...